Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, 3. Liga 2021-2022, 31 Spieltag, SC Freiburg U23 gegen Kaiserslautern, Ergebnis 0 zu 0. Startelf, SC Freiburg U23, Hatubu, Grammaragentert, Braun, Schumacher, Schmid, Trau, Kamerbauer. Startelf, Drakstarianin, Risch, Brauer, Kall, Lee. Startelf, Kaiserslautern, Herb, Tomiak, Kraus, Wintner, Hecher, Ritter, Zug, Götze, Wunderlich, Redondo, Beut. Das war's von SC Freiburg U23 gegen Kaiserslautern, 23 Uhr 29, nee, 23 Uhr 39.